Ja, jetzt fünf Worte ist das, Alter, ihr seid so ne Penner, ne? Mach doch jetzt mal Sachen mit mir. Wo ist denn mein Fallschirm? Ja, ich muss aber erstmal einen Air-Tag finden. Aber die müsste ja eigentlich am Flughafen. Komm, wir fahren. Ich fahr mal runter zum Flughafen. Können wir den Air-Tag finden? Ja! 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 Simon says, don't move forward. Achso. Ja, lesen kann ich auch, Flo. Dankeschön, geht halt nicht. Das heißt nix, Crack. Was? Ja, ja, genau. Achso. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tschüss, Jusus, Jesus. Mal einen Moment. Jesus. Nein. Ich hab mich verdrückt. Nee, es ist ja eigentlich ganz lustig. Das war geil. Weiß nicht. Oh Gott. Ich hab mich verdrückt. Ich hab mich verdrückt. Mal kriegen wir das so hin, dass das aussieht, als würde er das furzen. Na? Ja, Pups, meine Follower. Okay. Was, 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 Lama ist tot. Was passiert? Ähm, ähm, die jagt mich. What the fuck? Jetzt, jedes Mal, wenn die auf die Bremse drücken, werden die schneller? Hahaha. Hahaha. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Hahaha. Hahaha. Ich kann nicht mehr. Oh. 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 Hallo. Hahaha. Oh hell. Diesmal sind wir nicht so leicht zu knacken, wie bei Inselumrunden. Hahaha. Was hab ich jetzt? Bouncy Vehicles. Nö. Der bounced schonmal nicht so schlimm. Ne, der bounced gar nicht. Hehe. 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 Haha. Tschüss. Hahaha. Hab. estruturkat. OBS! Joel. Get um. OBS. Was? XX Halloween! So komme ich halt nirgendwo an. Niemals. Du magst das Fahrverhalten nicht. Können wir ändern. Oh, oh boy. Ach so. was oder eins gute brothers warum hat jetzt voller geklaut wir wissen dass das fahrlässig ist also ich jetzt anfahrtskosten berechnen ja hören sie mal also jetzt dafür anfahrtskosten ich habe mich halt durch den typen bedroht gefühlt haben sich dem mal angeschaut habe ich mir angeschaut und er sagt er war komplett perplex auf sein handy vertieft und war deswegen irgendwie haben sie probiert mit dem öfter mal anzusprechen ja eben der ist nur am telefon die ganze zeit sagt mir nicht einmal was er hat so vielleicht ruft er seine freunde raubt mich hier aus nimmt mir meine meine dildo batterien weg oder so das ist diese telefon generation ich sag's ihnen die gucken nur auf ihr handy hier auf dieses ja das ist echt schlimm und dann kriegen die gar nichts damit alles klar dann klären wir das mal ok danke sehr was für ein arschloch ist so das mit dem mikrofon hat er nicht so richtig geschnallt ne aber hast du gemeint was ich meinte ja der hat den popschutz auf dem kopf 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 … Schoen. … … … … … Ah. 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 Ich nehme die Handfesseln ab, bleiben sie bitte so stehen, bis ich die Zeit verlassen habe. Oh. Danke. Kollege, auch kriminell? Ja. Du merkst schon. Ich glaub sie haben Tee aufgesetzt übrigens.